so 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 das c4 hängt an ihm was geht ab youtube herzlich willkommen zu diesem gameplay auf meinem kanal ich hoffe euch geht's gut soweit wir zocken heute bzw ich bin heute solo ich zock heute wieder ein bisschen rainbow sich auf ganz entspannt habe die letzten tage das ein bisschen gelabelt so gehen wir rein erste runde wir greifen an wir haben keine bombe gefunden die maids ich meine ganz kurz hoch check ich mal ab was hier oben müsste gar um sie auf jeden fall oben wer hat mich jetzt hier geflasht ok erst mal den machen ja hallo wie geht das an warum geht das nicht ich dachte das sind die sprengsätze die jetzt automatisch da reinschießen was ist denn hier los ich habe mich gerade ach jetzt ach so ich muss den knopf drücken ich hab mich gerade wie was ist denn hier los ich habe mich gerade in der neun auf jeden Fall ich bin mir da verletzt 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 So. Oh, stark. Einerwicht. Ein Blähwut auf jeden Fall hops genommen. Oh, Digga, diese verdammte Falle, Alter. Ach, ich hab zwei erwischt. Unter uns, glaub ich. Start, Digga. Okay, Jungs. Ich geh mal hoch. Ja? Komm schon, Jungs. Komm schon, Jungs. Platz hier, Digga, komm schon. Platz hier, Digga. Oh, du bist so ein Troll. Oh, komm schon. Oh, wir schaffen das noch. Wir schaffen das noch. Oh mein Gott. Entschärfer ist online und aktiviert. Oh, nein, er hat mich. Das war blöd von mir. Schön. Sehr geil. Schönes Ding. Nice. Well done, Mate. Well done. Sehr schön gemacht von Teammate. So. Also, Führst du an die Fähigkeit? Die gefällt mich schon, Digga. Damit kannst du halt echt schon... Oh. Oh. Oh, oh, warte mal. Warte mal, was ist da los, Digga? Warum schießt du auf mich? Da danke ich mal bitte alle ganz herzlich bei Blackbeard für die... Ey, Digga, Mann, was... Wer schießt auf mich? Meine Teammates schießen auf mich, Digga. Was ist los mit euch? Warum schießen die auf mich? Why are you shooting on me, guys? Irgendwie ist das mein Lieblingsfenster gerade gefüllt geworden. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Entschärfer ist jetzt gesichert. Ach, Digga. Da war mein Aim. Scheiße. Oh, der war ganz low. Der war ganz low. Runde 4. Ja, wir führen mit drei Punkten. Jetzt müssen wir verteidigen. Nein! Ich wollte sie mit Nito Handy. Digga, der hat sogar nicht geklebt. Das klebt an ihm. Das C4 hängt an ihm. Oh, Digga. Das hätte zu lecker geschmeckt, Deckel, ne? Was haben wir denn denn? Aha, Digga. Oh, er sucht mich, der Bray. Er sucht mich. Zehn Sekunden bis Einsatz. Hey, das ist mein Platz. Polizia, der ist leer. Ich habe die Drohne, einer. Dreh dem Feind niemals den Rücken zu. Digga, diese verdammte Kapkanfalle, ne? Da kam einer gerade mit. Ja, sehr schön. Ich war wieder der, der in der WhatsApp-Gruppe mitließ und nichts dazu schreibt. So, erste schöne Runde. Digga, sind die ja am Spawn, oder was? Ach, hier. Hier ist das. Oh, Digga, das wäre mein Kill gewesen, Mann. Ja, der Weihnachtsmann. Ich habe den Weihnachtsmann getötet. Okay, wir müssen immer noch verteidigen, Digga. Okay. Können wir machen, habe ich kein Problem mit. Okay. So, jetzt wird's ungemütlich. So. Einer noch. Schön. Nice. Oh, guck dich mal den an. Ich war so ein Freak-Kill. Guck dir den an. Guck dir den an. Ich war so ein Freak-Kill. Ah. Ah, ich war so ein Freak-Kill, Digga. Bombo gefuckt, das machen wir sehr schnell. Oh. Ah. Da war wohl nichts, mein Freund. Digga, was hast du für ein Aim, Alter? Was hat der denn für ein Aim, Alter? Was hat der denn für ein Aim, Alter, Schwede? War das ein Gegner, Digga? Das war sogar tatsächlich ein Gegner. Ich habe seinen Fuß gesehen. Was war das, Digga? Ich bin sehr, sehr open field. Oh mein Gott. Was? Digga, guck dir den an, Alter. Digga, das war so räudig von ihm. Digga, das war so räudig von ihm. Mach entspannt. Die müssen die Bombe entschärfen. Mach entspannt. Der läuft. Nur noch 15 Sekunden. Okay, der kommt rein. Der kommt rein. Der kommt rein. Passt du, passt du. Es bleiben noch 5 Sekunden. Oh. Ich habe das da aus, Junge. Schade, Digga. Niemals. Sehr, sehr schade. Ein paar schöne Kürze haben wir da gelassen. Ich werde das Video jetzt an der Stelle beenden. Lass einen Aumen nach oben nach YouTube. Abonnieren, Glock aktivieren nicht vergessen für mehr Rainbow Sickage. Macht euch einen spannenden Abend. Ganz viel Liebe geht raus. Bis bald.